Was ist eine Nasenstimme? Nasalstimme ist eine beschreibende Bezeichnung für eine sprechende Stimme, die eine spürbare nasale Qualität aufweist. Die Nasenqualität wird durch einen unvollständigen oder schwachen Verschluss des Velums verursacht. Hierbei handelt es sich um eine anatomische Struktur im hinteren Mundbereich, die zum Trennen der Mundhöhle von der Nasenhöhle verwendet wird. Eine Nasenstimme kann ein Zeichen für ein schwaches Velum sein oder durch eine anatomische Variation hervorgerufen werden, die die Schließfähigkeit des Velum verhindert. Es kann auch das Ergebnis einer erlernten Sprachvariation sein. Die Sprachvariation